es begrüßen euch wieder die drei verrückten in gritt autosport wir fahren formula c dabei ist der max maroon und der jacky hu 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 moin sen jacky hu hu sozusagen genau ja ja auch von mir hallo und herzlich willkommen ich bin der max und wie gesagt ihr bist ein gritt autosport und diesmal muss ich unbedingt gewinnen ich darf hier auch wieder nicht rammen und rempeln ist Irgendwie darf man das gar nicht im Spiel, muss ich mir vielleicht nochmal so ein anderes Spiel kaufen, wo man das darf. Ich könnte Dirt-Shoutdown empfehlen. Ja, hallo und willkommen am Hutstelle, hier ist der Jackie und heute gibt es noch ein Rennen mit den anderen beiden hier, dem Pink Panther und dem Max Maron. Ja, hallo. Gleich mit weniger gerempelt diesmal. Nee, diesmal gewinne ich sowieso. Ich glaube, dass Jackie fährt schon auf den ersten Platz. Ich glaube, das hat auch fatale Folgen, weil wir offene Reifen haben. Also ich glaube, da gibt es dann schon mal einen Abheber. Also da wird der eine oder andere dann tatsächlich abheben. Da fängt es schon an, das Gerämpel. Warum schleudert die Kiste denn so, Mann? Oh, Hackantrieb. Darf so nicht schleudern, das darf nicht sein. Da hat schon der erste seinen Flügel verloren. Und ich bin natürlich der Glückliche, der vorne wegfahren durfte, deswegen erstmal raus aus dem Geschehen. Also Gas geben wirklich nur dann, wenn du aus der Kurve raus bist. Ansonsten echt locker, flockig, leicht Gas geben. Ich habe ja eben versucht, mein Lenkrad anzuschließen, aber das Spiel scheint noch nicht wirklich dafür geeignet zu sein. Also so ganz passt das noch nicht. Ah, da haben wir doch den Jackie vor mir. Nein, bin ich gar nicht. Oh, warum drehe ich mich denn so? So, die saugt mich mal an deinen Windschatten an. Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Warum denn? Shit. Weil ich es kann. Ich drehe mich zu dolle hier in dem Spiel. Ah, und tschüss, da hat er sich verabschiedet. Dann fahren wir doch mal direkt dran vorbei. Schade, dass es hier keine Hupe gibt. Na, hier muss man echt vorsichtig Gas geben aus der Kurve raus. Gibt das im Singleplayer jetzt aber irgendwie anders in Erinnerung? Den Geplayer habe ich die Klasse noch gar nicht gespielt. Ich auch noch nicht. Das ist das erste Mal, auch die Strecke kenne ich so nicht. Jetzt habe ich auch irgendwas falsch eingestellt. Ich habe keine Ahnung. Ach, schuss, schuss, schuss. Ich fahre mir auch voll die Bremspunkte mal wieder nicht. Nö, wo nicht. Ich fahre nach gut dünken. Ramm, ich ramm hier einfach alle. Ich ramm hier einfach alle. Scheißegal. Oh, bei mir war es nicht knapp. Ich habe mal ihren Ausflug gemacht. Ich bin hinterher gefahren. Weil die Fehler gibt es oft. Aber es haut ab. Es schwindet hier. Hup doch mal. Ich bin hier auf der Straße. Ja, Hupe gibt es nicht. Das ist ja das Problem. Wink, Fahne oder so? Ich glaube, hier entscheidet ganz viel, dass du wie früh du tatsächlich aufs Gas geben kannst. Ja. Oh, ja, voll aufgesetzt gerade. Alter, die Kisten sind wirklich sehr, sehr bockig, ne? Vor allem Nummer 10. Und ich glaube, man kann sich ja auch so wunderschön die Reifen eckig bremsen. Ja. Na gut, ich habe ABS an. Wobei ich trotzdem das Gefühl habe, dass die manchmal blockieren. Ja, blockieren tun sie auf jeden Fall. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin Dritter. Wo seid ihr? Bleib doch mal stehen, ey. Dass ich wenigstens mal Anschluss finde hier. Ist ja voll unfair, was ihr hier macht. Sollen wir uns mal mitten auf der Strecke hinstellen, dass er uns sieht, wenn man kommt? Bist du eigentlich noch hinter mir? Ja, tatsächlich. Ja, wir haben jetzt hier gerade auch ein bisschen verbremst. Ich auch. Ist eigentlich auch absolut nicht so meine Klasse. Also ich fahre ja lieber so Tourenwagen. Mini Cup. Mini Cup finde ich auch super. Können wir ja das nächste Mal fahren. Ja, cool. Jetzt ist mein Headset ausgegangen. Ihr hört mich wahrscheinlich noch. Ja, wir hören dich. Jetzt können wir lästern. Was soll's. Der Uwe, der ist einer, ey. Ja, das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Wieder irgendwie der Audiotreiber abgeschmiert. Der Uwe, ey. Mann, Mann, Mann. Irgendwie seit dem letzten Update von TeamSleeve ist das irgendwie so. Ob der überhaupt einen Führerschein hat. Ich weiß gar nicht, wer den auf die Straßen losgelassen hat. Das ist, also, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, der arbeitet ja nebenberuflich auf dem Jahrmarkt beim Autoscooter so, wie der fährt. Ja. Ja. Also, das haben wir definitiv beim letzten Mal gesehen. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Unten in der Videobeschreibung sind die Kanäle verlinkt von den beiden Herren. Und dann könnt ihr euch das letzte, ja, wie soll man das nennen, Autoscooterrennen anschauen. Genau. Bei mir natürlich auch alles verlinkt. Jetzt nochmal der Turbo rein. Und da ist er durch den Ziel. Ja, das ist ein paar Meter gut gemacht. Ja. Da höre ich dich gerade reinrauschen. Jo. Sieben Sekunden Verspätung. Du bist ja wie die deutsche Bundesbahn. Ja. Bin raus. Na gut, die Damen. Dann schreibt mal in den Kommentaren. Wollt ihr mehr davon sehen? Hat es euch gefallen? Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Autoscooterrennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ich sage für den Uwe auch Tschüss. 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 Tschüss.